Sie leiden unter Bewegungseinschränkungen und Schmerzen an Rücken, Kreuz, Nacken, Hüfte, Schulter, Knie, Bandscheibe, funktionellen Problemen oder ähnlichen Beschwerden? Ich als Chiropraktiker und Osteopath erkenne Fehlstellungen und deren Zusammenhänge und kann diese sicher und sanft korrigieren. Mein Ziel ist es, dem Patienten die Einnahme von Schmerzmitteln weitestgehend zu ersparen. Ihr Dr. George Shadi in Düsseldorf